Wir schauen uns das Ganze mal in der Zeitlupe an. Aha, okay, okay. Laber nicht. Du, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, der war einfach nur gut. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Overwatch-Video von mir. Heute ohne Webcam bzw. Facecam. Denn sie ist mir abgestürzt, also vom Schreibtisch abgestürzt. Und jetzt spackt sie so komisch rum. Ich muss die später vielleicht mal aufmachen und gucken, ob ich die noch retten kann. Ich gehe gerade hier ins Overwatch, starte die Aufnahme. Und ich glaube, wir haben hier einen Spin-Botter. Passt mal auf. Mal schauen, ob er so ein paar Headshots drückt. Ja. Dass ich jetzt keine Facecam dabei habe, ich kotze gleich mal. Das ist so. Guckt euch diesen Hurensohn an. Gut, ich bin mir nicht sicher, ob er cheat. Wie kann man nur so etwas machen? Wie kann man nur so cheat? Dieser Kerl muss den kleinsten Schniedel der Welt haben. Wirklich, den kleinsten Schniedel der Welt. Alles klar, ich muss... Theoretisch kann ich jetzt auch einfach durchspulen und ihm einfach alles drücken, oder? Das ist ja wohl der größte Hurensohn der Welt. Ich drücke ihm alles, Alter. Der hat no chance. Guck dir mal dieses scheiß Kind an. Das hier wird wohl auch eines der kürzesten Videos hier in letzter Zeit auf meinem Kanal, weil... Was soll ich da großartig sagen? Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, okay? Und zwar... Es war einmal ein kleiner Cheater. Der wurde von einer Giraffe totgefickt. Ende. Guckt ihr diesen Homonkulus an? Wir schauen uns das Ganze mal in der Zeitlupe an. Aha, okay, okay. Und vierfach? Okay, okay. Leute, schreibt doch mal bitte kurz Gedankengänge, die ihm wohl gerade durch den Kopf gehen, oder die diesem Spieler vor dem Spiel durch den Kopf gegangen sind. Also was hat er sich dabei gedacht, als er sich gesagt hat, Weißt du was? Ich mach jetzt mal... Ich mach jetzt mal ein Spinboard an. Was hat er sich dabei gedacht? Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich mein, das ist einer der offensichtlichsten Cheats, die es gibt. Nach Speedhack. Oder Ultra-Inboard. Ich mein, Wallhack zählt dann auch zu den Hacks, die so ein bisschen im Verdeckten arbeiten können. Aber das ist doch wirklich... Da sagt doch niemand... Oh, ich bin mir nicht ganz... Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, Frank. Ist auch einfach nur gut. Leute, das macht mich echt fertig. Der Kerl macht mich fertig. Das kann doch nicht sein. Dass ich sowas nochmal zu sehen bekomme. So einen eindeutigen Spinboard. Sehr schön. Ich hab grad letzte oder voll letzte Folge. Schaut da auch bitte mal rein. Da hab ich grad einen unter Spinboard-Verdacht gehabt, weil er sich so merkwürdig gedreht hat. Also einmal kurz. Er hat eine merkwürdige 180-Grad-Wendung gemacht. Aber die war wohl, wie einige dann geschrieben haben, kein... Hat nichts damit zu tun gehabt. Aber damals hat sich dieser Kerl auch genau am Anfang genau so bewegt. Aber nur wirklich eine Sekunde lang. Oder eineinhalb Sekunden lang. Da müsst ihr mal reingucken. Ich verlinke ja eh immer die ganze Playlist für diese Geschichte. Also in jedem meiner Videos verlinke ich immer die Playlist zum Video, das man gerade gesehen hat. Wie kann einem sowas überhaupt Spaß bzw. eine Erfüllung bringen, wenn man das macht? Pass mal auf. Der einzige legitime Grund, um so etwas zu machen, der mir jetzt einfällt, ist folgender. Dieser Kerl hat einen Account gehackt oder von seinem Freund den Account geklaut oder von seinem Feind den Account halt irgendwie geklaut, gehackt. Lirumlarum. Und will jetzt, dass dieser Account gebannt wird. Das ist der einzige Grund, der mir einfällt, so etwas zu machen. Andererseits kann ich mir das nicht erklären. Wie kann man nur so ein Stück Scheiße sein? Ich schimpfe die ganze Zeit rum, das ist doch eigentlich ein Kindervideo. Und Menschenskin, also mir sagt wieder keiner was. Willkommen bei Togolino. Es fuchst mich, dass ich jetzt keine Facecam habe. Es fuchst mich richtig. Also für alle, die jetzt möglicherweise gerade das erste Mal einschalten. Und sich denken, boah, der hört sich ziemlich erotisch an und das gefällt mir auch, was er so labert. Guckt mal in die anderen Videos rein, da kann man meine wunderschöne Fratz sehen. Ich werde oft gefragt, ob ich der Bruder von Alligator bin. Ich sage dann immer, ich bin sein Stuntman. Ich mache so seine Stunts, die er eben immer vollführt. Also täglich grundsätzlich macht er ja eigentlich Stunts. Und da bin ich natürlich dann am Stissel, ne? Kann er mit diesem Cheat die Bombe diffusen überhaupt? Nee, oder? Das ist doch unmöglich. Mir wird schlecht. Mir wird langsam echt schlecht. Das ist übrigens auch gerade ultra, ultra spät. Ich habe meiner Freundin gesagt, hey Schatz, ich gehe noch ganz schnell was recorden. Sie hat sich schon mal ins Nest gelegt. Dann habe ich aber mit Big Warner noch einige Runden, Command & Conquer und Matchmakings gespielt, dann bei CSGO. Und jetzt ist es leider schon früh am Morgen. Scheiße. Egal, ich schneide das schnell und dann ist gut. Ich wollte einfach, dass ihr heute trotzdem, äh, alt wie immer ein Video habt. Ihr wisst ja, jeden Tag ein Video ist mir wichtig, das durchzuziehen. Und, ja. Also ich würde sagen, dass ja natürlich auf jeden Fall, weil das hier zum Automated Targeting dazugehört, ne? Weil er kann ja aus so einer Drehung gar nicht sich, äh, weiter bewegen. Vision Assistance, freudigen Hund. Direkt einfach alles gedrückt. Diese kleine Missgeburt. Und hier, schaut mal. Speed Hacking, Automated Jumping Scripts, bla bla bla. Also Speed Hacking, Upside Down Fuse. Was heißt jetzt Upside Down? Dass sein Bildschirm gelockt war, äh, gedreht war, meine ich. Gib ich ihm auch. Griefing hat er ja eigentlich auch verdient, weil ich meine, jeder Cheater ist auch gleichzeitig ein Griefer, ne? Griefing heißt ja, das Spiel Madik machen, das Spiel behindern, ein behindertes Fickkind zu sein und so weiter. Und jeder Cheater ist ja eigentlich genau das und macht genau das. Deswegen bekommt er auch den Grief-Bann. Ich nehme einfach mal an, dass ihr damit auch vollkommen einverstanden seid, weil bei so einem Stück Scheiße kann es niemanden geben, der im Ernst schreibt. Du, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, der war einfach nur gut. Also einige von euch werden sicherlich aus Spaß schreiben, aber ich denke, wir sind uns da alle einig, dass er das hier verdient hat. Viel Spaß, Fickgesicht. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, wenn ihr wollt, dass dieser Cheater von der Giraffe vergewaltigt wird, also am besten, bis er eben aufhört zu leben, ihr solltet ja einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr gerne einen Daumen nach unten geben wollt, gebt einen Daumen nach oben, dann kann ich da herauslesen, ob ihr halt gerne was nach unten gegeben hättet. Dankeschön, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal, hier kommt der Abspann. Bis zum nächsten Mal, hier kommt der Abspann.